Bitz und so kommt heute mit freundlicher Stützung von Blinkist, unserem Werbepartner, habe ich folgendes Angebot für euch, mal sieben Tage Blinkist kostenlos zu testen und dann 25 Rabatt auf das erste Jahr Blinkist Premium zu bekommen. Und ich habe mir mal heute angehört, die haben Zusammenfassungen von Sachbüchern, mehrere tausend neue Titel, Englisch und Deutsch, entweder zum Lesen oder zum Anhören. Was ich mir heute angehört habe, ist ein Buch zum Thema agile Führung. Das kennt man ja aus der Softwaretechnik. Das kennt man aus der Softwaretechnik. Sagt man das? Softwaretechnik? Ich weiß nicht, wie man sagt. Ja. Ja. Und das ist ganz interessant anzuhören aus der heutigen Sicht. Das ist halt ein Buch, das wurde vor der Krise geschrieben und das möchte möglicherweise so einen leicht verkrusteten Manager darauf einstellen, dass das mit dieser agilen Führung gar nicht so schlecht ist. Mhm. Dass er vielleicht, dass da all diese Dinge, was agile so ausmachen kann, weißt du, der Waterfall und der Scrum und irgendwelche Geschichten. Bitte kein Waterfall. Solche Geschichten kann man da vielleicht sich anhören und mal überlegen, wie das in der eigenen Firma laufen kann. Jetzt ist natürlich so ein großes Thema wie Agile und Scrum und Zeug, das kriegst du jetzt wahrscheinlich nicht in 13 Minuten abgebildet, aber du kannst dir anhören, ob dieses Buch, in die richtige Richtung geht, ob das die richtigen Ansätze für deine Firma sind, ob du vielleicht einen Manager davon überzeugen kannst, mal in die Richtung zu denken, damit du vielleicht auch in so einer Richtung jetzt dann besser dastehst, wenn halt dein Team im Homeoffice sitzt und wie du das dann trotzdem umsetzen kannst. Ja, also so Denkanstöße für sowas finde ich Blinkist sehr nett. Du kannst dir die ganzen Sachen auf dem Smartphone anhören und oder lesen. Du kannst auch in mehrfacher Geschwindigkeit lesen oder einfacher Geschwindigkeit. Einfach mal auf blinkist.de slash Spitz gehen. Sieben Tage kostenlos testen und 25 Prozent Rabatt auf das Jahresabo. Blinkist Premium. B-L-I-N-K-I-S-T.de slash Spitz. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So. So.